Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's Vati wieder am Start. Willkommen zum ersten Unboxing für dieses Jahr. Ja, heute habe ich ein Produkt, was ich euch mal gerne zeigen möchte und zwar, es ist speziell Freunde Sonne. Ganz ehrlich, sowas hatte ich noch nie. Eine Grundig LED Tech Aluminium Lampe. Lampe oder Taschenlampe. Lampe Lampe. Keine Ahnung Lampe. Hosentasche Mini Reingeschissen Lampe. Egal, wir lassen es drin. Also es ist eine Lampe, was du in deine Hose stecken kannst oder als dein Schlüsselanhänger benutzen kannst. Guck, deshalb gibt es hier so einen Widerhaken, was du rein machen kannst. Und dann hast du es über Lampe. Also es ist halt Universal Lampe. Kannst du alles benutzen. Kannst du als Kronleuchte reinstecken, hast du auch eine Lampe. Dann brauchst du keine Glühbirne mehr oder was auch immer. Oder du kannst es als, keine Ahnung, reingeschissen. Also auf jeden Fall ist es eine Lampe. Ja, und ich kann das nicht ernst nehmen, aber egal, reingeschissen. Auf jeden Fall habe ich das Geschenk bekommen von meinem Vater. Schöne Grüße, wenn du guckst. Reingeschissen, hau mich nicht. Spaß, ich weiß. Wir reden später. Und ja, unfassbar. Ich muss das Unboxen. Ich habe doch gesagt, alles was ich kaufe oder geschenkt bekomme, ich mache ein Unboxing, wenn das noch zu ist. Und habe gedacht so, als erstes Unboxing für dieses Jahr ist auch einfach genial. Richtig reingeschissen, aber das ist unser Style-Dame-Tonern. Und wir sind einfach ghetto oder broke. Ja, im Endeffekt macht das doch Spaß. Weil irgendwas muss ich auch unboxen. Ich kann auch eine Tür unboxen. Wenn die irgendwann rausnehmen würde, hätte ich auch Unboxing gemacht. Aber egal jetzt. Komm, wir sind jetzt bei diesem Fieber oder Style. So, auf jeden Fall, so sieht das aus. Wenn das noch verschlossen ist, also das kannst du überall finden, Freunde. Ich weiß jetzt nicht wo. Vielleicht bei Hombach, Obi, Saturn auch bestimmt. Oder Mediamarkt. Amazon wahrscheinlich auch. Bestimmt. Was sagst du, Wand? Meinst du, das gibt es bei Amazon? Guter Junge. Du weißt, nachher. Hombach mit Butterfly für Arme. Damen und Herren, das ist Butterfly für Arme. Er zerschnippelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Achso, sorry. So, jetzt ist alles perfekt. Und du bist ruhig. Okay, reingeschissen. Auf jeden Fall, so sieht es aus. Richtig geil. Ich lese alles gleich vor, was das hat und welche Features das hat. So, auf jeden Fall von hinten sieht es so aus. Richtig reingeschissen, aber geil. So, ich lese das mal im perfekten Hochamerikanisch oder Englisch. Was auch immer. Wie das ist ja nicht Deutsch. Viele verstehen keine Englisch. Deshalb muss ich es auf Deutsch übersetzen, was es bedeutet. Fangen wir an. Bei Nummer 1. Das ist auf jeden Fall LED Technology. Das bedeutet, das ist LED Technology. Scheiße, Alter. Auf jeden Fall Nummer 2. Das ist cool white. Also cooler weiß. Auf jeden Fall, wenn du das Lichtstrahl siehst, das ist weiß, Alter. Ja, ja. Das dritte ist, ich zeige euch alle drei, dann muss ich euch alles zeigen. Ist ein light. Das ist ein kleiner Punkt. So light, so LED. Da steht eigentlich LED, aber ich sage light. So LED amana. So, nächstes ist 10 Jahre, 10 Jahre. Nein, 10 year steht da. Warranty. 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 Ah, Garanty. Ja, ja. Wir sind schlau heutzutage. Und 100.000 HR. Weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht der Bruder von HD. HR, HD. Aber reingeschissen. Das nächste ist Battery. Ach du liebe Nonne. Da ist eine Batterie sogar dabei. Braucht man nicht extra kaufen, Damen und Herren. Richtig reingeschissen, aber wir haben es dabei. Was ist los? Hör zu. Jetzt kommt es. Battery only LGA. Keine Ahnung, was das bedeutet. Tested Quality. Das ist 100% Pferdehintern. Ich weiß nicht, wo der Strom aus dem Pferd kommt, aber reingeschissen. Was ist los? Auf jeden Fall, warte, warte, warte. Lightning Products. Flash Highlights. Jock Giselle. Guck da oben, steht Stickfett. Das ist kein Fake hier. Ich, mein Nase juckt, warte Popel. Nein, doch nicht. Auf jeden Fall, ich dachte so, das ist Fake. Aber da kommt es noch. Das ist richtig gute Qualität. Das wurde von irgendjemandem Dieter, Peter, schöne Grüße, getestet. Auf jeden Fall, hier hinten, darf man das nicht für kleine Kinder zulassen. Sonst ersticken die Stirn, die was auch immer. Ist nicht gut. Vertrau mir. Nicht kleinen Kindern geben. Erstmal selber anzünden. Ach, anzünden, was? Lava, ich da reintun und spielen und dann abgeben. Früher hatte ich das auch in Laserpointer mäßig. Aber das ist die leichte Variante. Okay, ich labere schon zu viel Scheiße. Auf jeden Fall, ihr wollt sehen, dass ich das Produkt aufmache. Ah, hier, hier steht sogar, dass es viermal AG3 Button 38 Milliampere hat. Ja, ja, Party weiß, was Milliampere ist. Du weißt es nicht? Ich auch nicht. Oh Mann, Alter. Reingeschissen, Alter, sein Sohn. Auf jeden Fall. Ja, LED hat das ja. Egal. Auf jeden Fall, ich mach's jetzt auf. Butterfly Arme. Äh, Butterfly Arme. Butterfly für Arme. So. So, zack, zack. Banner, Back, On, Back. Wow. Der ist stabil, der Bruder. Ich weiß, deshalb hab ich dich doch seit ein paar Jahren. Alter, du hast jedes Rumsteak alles zerschnitten, Habibi. So. Ja, ja, gönnt euch. Butterfly für Arme. Ah, ist ein Unikat, gibt's leider nicht. Reingeschissen, ne? So, alles schön rausholen. Zack, zack. Es hängt die Scheiße. Ach so. Wow. Guck mal die Qualität an. Warte, ich zeig euch das mal. Von Grundig. Grundig ist immer so krasse Marke gewesen. Damals schon. Jetzt leider so von den oberen Sony, äh, Samsung und so weiter LG. Ja, runtergestuft. Verstehst du? Aber Grundig ist immer eine gute Marke gewesen, Damen und Herren. So sieht's aus. Eine Lampe für zwischendurch. Hast du nicht verstanden. Egal, auf jeden Fall, hier kannst du das Anhänger, Schlüsselanhänger, was auch immer. Die Batterien. Drei Stück, ne, vier Stück. Hier ist noch eine rausgegangen. Ich hol die mal kurz raus und dann testen wir das Produkt mal. Komm, hatte ja. Diese Scheiße kommt nicht raus. Jawohl. Heurika. Komm ja. Die wollen mich flachsen. Wo hab ich hier eine Schere? Chill. Chill, wir schaffen das. Gemeinsam sind wir stark, Freunde, Sonne. Ey, das schneidet sich gar nicht. Hi. Abo. Das geht nicht mehr auf. Ah doch, jetzt. Chill. Ich hab's gleich. Irgendwann hab ich die Werbung gesehen, hab ich weiß nicht mal welche, was das war. Der letzte kommt nicht raus. Ich krieg's jetzt. Moment. Hoppa. Hab's geschafft. Also vier Batterien-Stuers jetzt schnell rein, damit wir das Produkt testen können. Ihr könnt überspringen, wenn ihr möchtet. Ansonsten, ja, reingeschissen. Wie rum machen wir das? Ne, falsch rum ist das. So. Also, ich find's unge Spass. Das ist auch ein bisschen, klar ist das ein bisschen Aluminium, aber kein Plastik so von den 0815 von Trödemarkt. Früher hatte ich von Trödemarkt so welche, ne? So alles Plastik. Aber das. Wow. Was für eine Qualität. Ehrlich, mit dem Smaragd-Aluminium. Das ist unfassbar. Ich dachte so, das erinnert mich an echten Smaragden. Ja, ja. Pass auf jetzt. In dein Auge. Ich mach jetzt Auge in dein Auge. Geh mal mit deinem Handy ganz nah oder Smartphone, PC, reiß dem Bildschirm in deinem Gesicht so richtig nah. Machst du so augemäßig. Ich zeig dir jetzt, was Auge ist. Bam. In dein Auge. Hoffentlich halt ein bisschen blind. Hoffentlich sag ich schöne Grüße an zu deinem Arzt. Ich bin schuld. Nein, nein, bin ich nicht. Aber reingeschissen. Auf jeden Fall, das ist, boah. Das ist nicht so Staumstoff auf den Knopf, ne? Das ist richtig Plastik. Fühlt sich super an. Oder Aluminium auch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Guck mal, so sieht's von der Seite aus. Warte, so. Boah. Siehst du das? Also ich geh mal ein bisschen weiter. Guck mal hier. Guck mal, da ist ein Vogel. Nein, auf jeden Fall ist gut. Ist gut. Fühlt sich super an. Manometer. Von ihr? Ja, hat was. Auf jeden Fall kannst du alles damit beleuchten. Ihr. Machst du so augemäßig. Dann kannst du alles im Dunkeln vorlesen. Ich mach jetzt nicht dunkel reingeschissen. Auf jeden Fall. Ich kann. Ein geiles Unboxing. Ehrlich. Ich rede schon neun Minuten, ob das was sonst wer wäre. Sonst wer. Komm, vergiss es. Ich mach noch mehr Auge in dein Auge. Reingeschissen. Auf jeden Fall, Freundesonne, wenn du das haben willst. Vielleicht hab ich das in der Videobeschreibung verlinkt. Was auch immer. Danke fürs Einschalten. Für das erste Unboxing sollte ein bisschen Spaß sein. Und ja, 2017 wird penetriert. Oder auch nicht. Ansonsten gründig. Salam Aleik. Wenn du mich hier das Video besiehst. Supporten, Bruder. Oder Schwester. Wer auch immer. Gib. Gib Stuff. Gib mir ein Fernsehen, wenn du willst. Gib mir. Hast du Handy? Nein, hast du nicht. Egal. Kühlschrank. Was auch immer. Ich mach Aufnexien. Was? Jetzt hab ich reingeschüsselt. Ich mein Unboxing. Ich überleg gerade. Was hab ich gerade gesagt? Hat du richtig reingeschüsselt? Also, ich mach Auf Deinen Nacken-Unboxing. Wenn du mich promoten möchtest, kein Problem. Du kannst alles sponsern. Auf Deinen Nacken. Ihr seid Paravar. Para Choklan. Egal. Euer Fatih. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao mit V oder tschö mit Ö. Wir sehen uns. Habibi. Ciao. Ciao. Ciao.